Wer ist bei jedem Wettrennen der Langsamste? Putin, weil er kein Gast gibt. Heute war ein furchtbarer Tag, meine Ex wurde vom Bus überfahren. Und ich verlor meinen Job als Busfahrer. Was macht eine Bäckerin ohne Arme und Beine? Der Klassiker. Die Polizei hält zwei Polen im Auto an und sagt, wir suchen zwei Autodiebe. Da schauen sich die beiden Polen an und sagen, okay, wir machen den Job. Was ist die schlimmste Kombination von Krankheiten? Alzheimer und Durchfall. Du rennst, aber du weißt nicht wohin. Folge mir, um keine Witze mehr zu verpassen. Und mach das Herz rot.